Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft! Soweit ich mich erinnere, wir sind immer noch auf der Suche nach... ...RedStorm. Ich habe keine Ahnung mehr in welche Richtung wir müssen. Und wir sind offensichtlich irrelevant wo. Achja, da haben wir ein bisschen gegraben, da war eigentlich nix. Oh, wir sind hier. Da oben ist sicher noch Öl drinnen. Könnten wir einfach mal hier weiter graben, vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ok. Zumindest ist einmal Blei da. Das ist zwar nicht ganz was wir suchen, aber hey. Und natürlich Blei und Silber, die treten eigentlich fast immer zusammen auf. ...Redstone muss er... Redstone... ...Wieso ist Redstone hier so selten? Da ist es ja schon. Geht doch! Ok, 17 Stück. Das ist ja schon mal etwas. Gehen wir in die Richtung, aber was noch? Why not? Why not? Rosmium Silicon Davon haben wir jetzt schon so einiges. Was machen wir mit denn überhaupt? Einen Block Raw Improved Processor Raw Basic Processor Advanced Solar Panel Ein Crafter Simple Crafter Ah, und für die Wafer Und daraus können wir das machen, daraus können wir das machen, daraus können wir das machen, hey, da braucht man einiges davon vermutlich mal Ähm Also die Frage, was erzeugt dieses Ding da? Strom? RAF oder irgendwas anderes? Wer weiß das schon? Steht ja leider nicht da Und natürlich Solar Power ist natürlich auch immer interessant Redstone Allerdings wäre ich da in der Nähe Lava, so sollten wir vorsichtiger sein Das war jetzt halt keine bösen Überraschungen erleben Das war jetzt halt keine bösen Überraschungen erleben Ah Sehr schön Oh Das ist groß hier Hier werden wir uns mal austoben Warum ist eigentlich nirgendwo ein einziger Gegner gespawnt? Interessant Jawohl, Redstone Ich hab schon wieder vergessen, wofür man eigentlich dieses blaue Zeug braucht Okay Project Red Okay Keine Ahnung, was das ist Auf jeden Fall haben wir hier jede Menge Lava, die wir brauchen Und wir haben hier nicht wirklich Redstone Großartig Das einzige, warum wir hier sind, ist nicht da Okay, hier ist noch Redstone Und es sind wohl auch keine Diamanten hier So, einmal isolieren Alles klar Alles klar Etwas Nickel Aluminium Mehr selber Und natürlich Blei Ohhhh Gold Nehmen wir natürlich auch mit Gold Okay Das geht natürlich auch mit Aber ansonsten war es das ihr erstes Mal Da ist ja fast voll Die Spitzhacke hält noch ein bisschen Und da ist noch Lava Und unser Inventar ist ja auch voll Machen wir uns mal auf den langen Rückweg Weil wir wahrscheinlich wieder nicht rausfinden werden Es sei denn Na, hör was Mal schauen Wir haben sie auch schon besser markiert Da ist es definitiv nicht Wo sind wir gerade drauf gekommen Hier sind wir rauf gekommen Da können wir glaube ich irgendwo Nö, da können wir echt hin Nö, da sind wir Ah, man Hier rauf und da nach hinten Wo ich mal das wohl irgendwann merke Wo ich mal das wohl irgendwann merke Ich würde nicht drauf wetten Okay So Schauen wir hier eigentlich was Aha Aha Hehe Da haben wir noch ein bisschen was drinnen an Energie Nicht viel aber Nicht viel It's something Was fehlt uns hier noch Okay Kupfer fehlt uns hier Aufensichtlich nicht mehr Eisen fehlt noch und Osmium Das ist das nächste Wo wir uns kümmern werden Da haben wir sie auch nicht mehr drinnen Aber wir brauchen die Leitungen Deshalb haben wir ja auch Stahl Okay Okay Da legen wir erstmal den ganzen anderen Shasta ab Legen wir erstmal den ganzen anderen Shasta ab Das haben wir hier noch gar nicht Kommt doch erstmal da her Okay Refined Uranium Schaut auch anders aus als früher Liquid Meat Tectonic Petrotium Tektonic Petrotium Aha Okay Interesting Aber nicht jetzt Und wir müssen irgendwas mit den ganzen Steinen machen, aber das kriegen wir einfach nicht mehr los. Aha, da kommen wir jetzt anderen Stahl und das war für die hier, genau. So, einmal hier, einmal hier und wir haben kein Redstone mit natürlich. So, was haben wir da gesagt, wir machen hier Glas hin, aber irgendwie müssen, das heißt wir müssten die aber dann durchführen. Hier unten kommt Lava hin, hier kommen die Generatoren hin, da kommt Glas hin, ok. Dann müssen wir auch mal anfangen Glas zu machen, würde ich mal sagen, sonst wird das nichts. Alles gut, Power ist da, wie viel Osmium brauchen wir eigentlich noch? Eine ganze Menge offensichtlich. Eisen haben wir jetzt auch genug. Kohle. Du landest hier, wobei kann man eigentlich hier reingeben, nehmen wir hier auch mehr Platz. Zumindest ein bissel, ne? Ok, steht nicht wirklich, was man damit machen kann, aber ich weiß, vielleicht ist es auch irgendwie eine Multi-Block-Struktur oder so. Who knows? Oh. Jetzt wird's mit der Energie langsam knapp. Und das wird nicht... Oh. Wir brauchen Sand. Die haben keine Energie, ok. Ehm. Revalor damals. Dann können die auch mal weg. Ich hoffe, wir brauchen sie vorerst nicht. Vielleicht aber auch schon. Aber immer noch zu wenig Osmium. Ok, allerdings nicht oft viel wenig, ah, viel zu wenig. Machen wir noch vier, dass wir nicht so viel Energie verbrauchen. Ok, keine Erfahrungen dafür. Wie schade. Jo. Vielleicht brauchen wir die doch noch. Shit. Ähm. Wie war das mit den Tanks? Ah, für die brauchen wir auch Redstone. Oh. Ok. Vier mal Redstone. Vier Eisen. So. Und das dem. Oh. Aha. Ok. Gases hinter der Fluidform. Aha. Interessant. Können wir Flüssiges zu Gas machen und umgekehrt. Ok. In a Ridge. Da brauchen wir Redstone. Vier mal das Ganze. Zehn. Redstone. Das ist zehn. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Brauchen wir den wohl doch noch. Oh. Was sollen wir mit dem Öl machen? Umaggio. Fluid Tank. Kann alles mit dem模 anfärben. Aber nicht ganz, was wir wollen. Leider gibt es gerade wohl nicht allzu viele Storage Optionen, das ist auch nur bedingt eine Lösung, weil sobald man das Ding glaube ich abbaut, sind die Dinge darin weg. Dann kann ich das mal testen, nehmen wir ein bisschen Wasser rein, nehmen wir das die Kappen So haben die das gelöst Also sie haben eine Lösung gefunden, und zwar eine die auch Cheaten vermeidet, da würde das stacken, dann könnte ich extrem viel transportieren ohne einen Kübel mitzunehmen, wenn ich das auf 64 stacken kann. Ich denke mal das wird dann auch mit dem Öl funktionieren im Fall der Fälle. Meist wäre es ja gar nicht so schlecht einen Dynamo zu haben, der was Öl verwendet oder das Öl noch weiter verarbeiten. Jetzt habe ich keinen Brennstoff mit. Ah perfekt, Tierkohle. Nee. Oh nee. Die scheinen das gerade nicht abzugeben. Zumindest. Nee. Was ist das jetzt schon wieder für ein Bug? Warum? Ja. Da gehen nichts davon ab. Volle 24.000 und ein bisschen was. Was ist das schon wieder für ein Bug? Die Sorgen... Die... Die... Das wird schon wieder nicht... Das zieht ja schon wieder keine Energie raus. Naja. Also ich kann... Jetzt wird zuerst wieder mehr. Das... Das gibt's nicht, oder? Das... Das träume ich jetzt. Das wird nur mehr. Das zieht keine Energie raus. Das... 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 Eine... Inkompatibilität gibt mit den Mods. Also klar, da brennt jetzt natürlich nicht, weil kein Wasser drinnen ist. Oh, mittlerweile haben wir auch ein bisschen an Output, der ist zwar sehr gering, aber wir haben an Output. Der wird allerdings immer weniger. Warum? Der steht zwar Output von 11, aber der stimmt definitiv nicht. Da passiert gar nichts. Ach Gott, ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr mir das am Arsch geht. Okay. Applied Energistics oder was weiß das? Ne, Thermal Expansion ist für mich gestorben. Ich werde diese Mod ab sofort nicht weiterverwenden. Das ist mir einfach zu buggy. So. Weg damit. Weg damit. Beziehungsweise. Okay, sieht nicht so aus, als ob das jetzt gleich funktionieren würde. Danke. Ich bin mit der Mod durch. Ein für allemal. Ich halte diese Bugs nicht mehr aus. Ich halte sie einfach nicht mehr aus. Das zerstört einfach nur alles. Und der Part ist auch schon zu Ende. Ja, Freunde, ich bedanke mich dir fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.